Neben sichtbarem Eis wie Gletschereis, was wir bereits betrachtet haben, gibt es auch in Anführungszeichen unsichtbares Eis, den Permafrost. Als Permafrost bezeichnen wir Bodenmaterial, also organisches Material, aber auch locker und festgestein, welches mindestens kontinuierlich zwei Jahre unter 0 Grad aufweist. Permafrost ist thermisch definiert und kann somit auch als Klimaphänomen bezeichnet werden. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Permafrost. Zum einen gibt es den mehrere hundert Meter mächtigen kontinuierlichen Permafrost, den wir hauptsächlich in arktischen Regionen, in höheren Breiten finden. Und es gibt den sporadischen Permafrost, der also eher, oder diskontinuierlichen Permafrost, der eher fleckig auftritt, den finden wir eher im Hochgebirge. Allerdings ist die Verteilung dieser beiden Permafrostarten sehr heterogen. Das heißt, wir finden auch in der Arktis fleckigen Permafrost, also diskontinuierlichen Permafrost. Und auch hier im Hochgebirge finden wir kontinuierlichen Permafrost. Auf der Nordhalbkugel weisen circa 25 Prozent der Landmassen Permafrost auf. Es ist interessant, die unterschiedliche Mächtigkeit sich genauer zu betrachten. Auf der Nordhalbkugel in Nordamerika haben wir Mächtigkeiten von mehreren hundert Metern des Permafrostkörpers, was mit der Fluktuation der Gletscher in den letzten Eiszeiten zu tun hat. Wenn wir dagegen nach Sibirien schauen, haben wir Permafrostkörper-Mächtigkeiten von mehr als einem Kilometer. Und das hängt damit zusammen, dass wir dort keine flächige Vergletscherung hatten. Weiterhin gibt es auch flächigen Submarinenpermafrost, hauptsächlich am Meeresgrund des Schelfmeeres im Arktischen Ozean. Nach der Schneeschmelze im Sommer ist es möglich, dass die Temperaturen auch in den Permafrostkörper mehr hereinkommen und somit die obere Schicht des Permafrostkörpers auftaut. Das ist dann die sogenannte aktive Schicht. Unter der aktiven Schicht bleibt allerdings der Permafrostkörper weitergefroren. Diese aktive Schicht kann unterschiedliche Mächtigkeiten betragen. Hier in den europäischen Alpen geht man von einem halben Meter bis zu wenigen Metern Mächtigkeit aus. Also die Untergrenze des Permafrostes wird begrenzt durch die Thermik aus dem Erdinneren. Die abwechslungsreiche Landschaft des Hochgebirges führt dazu, dass wir verschiedene Ausprägungen des Permafrosts haben. Die Bedingungen, die das Auftreten des Permafrosts bedingen, sind zum Beispiel die Hangneigung, die Hangausrichtung, die Seehöhe, die Vegetation, aber auch zum Beispiel die Beschaffenheit des Bodens. Allerdings ist es sehr schwer, im Gelände den Permafrost wirklich zu entdecken. Man kann das zum Beispiel durch Temperaturmessungen in Bodennähe, aber noch viel besser mit tiefen Bohrungen in das Gestein hinein zum Beispiel feststellen, ob wir hier Permafrost finden. Eine andere Möglichkeit, den Permafrost in der Landschaft zu entdecken, stellen geomorphologische Formen dar, wie zum Beispiel Blockgletscher, wie Sie hier einen sehen. Blockgletscher sind eine Masse von Schutt und Eis, die sich hangabwärts bewegen. Allerdings ist ein Blockgletscher nicht zu verwechseln mit einem Gletscher, der mit Schutt bedeckt ist. Blockgletscher in den europäischen Alpen haben im Zuge des Klimawandels in den letzten Jahrzehnten deutlich an Bewegungsraten gewonnen. Das heißt, in den letzten 15 Jahren im Vergleich zu 1990 haben sich die Blockgletscher fünf bis zehnmal so schnell bewegt, wie zu Beginn der Aufzeichnungen in den europäischen Alpen in den 1990er Jahren. In den 1990er Jahren waren die Bewegungsraten maximal bis 15 Zentimeter pro Jahr. Im Zuge des Klimawandels wird es höchstwahrscheinlich dazu kommen, dass diese Blockgletscher das Eis verlieren werden. Das wird zu Beginn zu einem schnelleren Fortschreiten der Blockgletscher führen, aber in der weiteren Entwicklung wird dies auch zu einer Inaktivität der Blockgletscher führen. Falls diese Enteisung schneller stattfindet, kann es auch zu einem Kollaps von diesen Blockgletschern führen. Die Verteilung und die Veränderung von Permafrost ist stark an klimatische Bedingungen geknüpft. Das Phänomen ist ähnlich wie bei den Gletschern. Man kann also auch Permafrost als Klimawandelindikator nutzen. Neben der Temperatur und der Strahlung hat auch die Schneedecke einen großen Einfluss auf die Permafrostverbreitung, da der Schnee als isolierende Schicht wirkt. Ohne diese isolierende Schicht können die höheren Temperaturen also direkt in den Permafrostkörper einwirken und somit die Schmelze des Permafrostes beschleunigen. Mit den vorhergesagten Veränderungen im Hochgebirge und der Verteilung des Permafrostes gehen neben der unterschiedlichen Wasserqualität auch Naturgefahren einher, wie zum Beispiel Bergstürze oder Felsstürze. Dies hängt damit zusammen, dass eisgefüllte Klüfte Gesteinsverbände zusammenhalten können und beim Schmilzen dieses Eises, was auch Permafrost sein kann, kommt es dazu, dass die Hänge an Stabilität verlieren und dadurch instabil werden und so gravitative Massenbewegungen stattfinden können. Diese sind nicht nur im Gebirge von großer Wichtigkeit, sondern auch für weiter im Tal unten liegende Gemeinden oder Infrastrukturen können die eine große Naturgefahr darstellen. Wenn wir uns vorstellen, einen steilen Gipfel, der keine Schneebedeckung hat, weitere Erwärmung ausgesetzt ist, kann das dazu führen, dass die Temperatur von allen Seiten in diese eisgefüllten Klüfte eintreten kann und somit den Schmelzprozess von allen Seiten schneller vonstatten gehen kann. So kann es dazu kommen, dass bei langen anhaltenden Hitzeperioden, zum Beispiel in den Hitzesommern 2003 oder auch 2015, eine erhöhte Aktivität von Steinschlägen oder Feldstürzen beobachtet werden konnte. Im Zuge des Klimawandels wird davon ausgegangen, dass diese Art von Hitzewellen häufiger auftreten, dass die Permafrost-Degradation, also das Schmelzen des Permafrostes, auch weiter voranschreitet. Deswegen ist anzunehmen, dass die Häufigkeit von diesen Feldstürzen und gravitativen Massenbewegungen in Zukunft zunehmen wird. Laut des IPCC wird die Permafrost-Degradation, also das Abschmelzen des Permafrostes, mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft zunehmen. Aufgrund dessen, dass der Permafrost stark mit der erhöhten Temperatur in Interaktion steht, wird auch im Laufe des 21. Jahrhunderts erwartet, dass die Permafrostkörper in den Hochgebirgen verstärkt tauen.